Hi und herzlich willkommen in meiner Diabeteswelt. Ich freue mich riesig, riesig, riesig diese Verlosung für euch machen zu können. Und zwar ist das Ganze in Kooperation mit MySugarCase. Und ja, ihr könnt tatsächlich eine CombiCase gewinnen. Ihr dürft euch die dann selber aussuchen. Und ja, ich freue mich total, dass das möglich ist, dass das klappt. Ich finde, es ist ein wunderschönes Geschenk, jetzt gerade irgendwie in der Weihnachtszeit. Es ist einfach der Oberhammer. Und was ihr dafür tun müsst, das hört ihr jetzt. Das ist natürlich eine Verlosung für meine Abonnenten. Also müsst ihr erstens Abonnent von mir sein, zweitens über 18 Jahre und drittens schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farbe ihr von den MySugarCases am schönsten findet. Ich bin super gespannt auf eure Antworten. Ich habe da auch meine Favoriten. Und obwohl ich ehrlich gesagt fast alle total schön finde von der Farbe her. Und ja, ich finde auch, man kann davon echt nicht genug haben. Am 12.12. um 18 Uhr abends endet das Gewinnspiel. Und danach wird der Gewinner von mir ausgelost. Und er wird zum einen genannt. Und ich versuche auch demjenigen dann eine Nachricht zu schreiben. Oder ihr schreibt mich dann einfach an, wenn ihr in den Kommentaren dann euren Namen lest. Ich hoffe, dass ihr alle fleißig mitmacht und dass ihr euch auch genauso wie ich darüber total freut. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz, ganz, ganz viel Glück. Ihr bekommt dann von mir gesagt, wie es weitergeht, wie ihr dann sozusagen an eure MySugarCase KombiCase kommt. Und ja, jetzt auf jeden Fall ganz viel Glück. Bis bald und ganz liebe Grüße. Tschüss!